Hallo Leute! Wir sind leider so arm. Boah, ein derbe cooles Ding hat man mir gesagt, ich soll mich vielleicht mal von Dom setzen, mal gucken was dabei rumkommt. Wir haben 25 Euro eingenommen mittlerweile. Wenn wir weiter so machen, dann werden wir reich und wir können nächstes Jahr nach Las Vegas fliegen, so wie es der Plan besagt.